Musik Heißen Sie die Öffnung über Mund und Nase und atmen Sie ganz normal weiter. Unter jedem Sitz befindet sich eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Besatzung ziehen Sie die Weste über den Kopf, führen den Fixierungsgurt um Ihren Körper und befestigen ihn an dem vorne befindlichen Verschluss. Bitte betätigen Sie die Auslösegriffe erst unmittelbar nach... Hallo Leute, für wen mache ich denn den Scheiß hier eigentlich? Es ist für uns alle der letzte Flug des Tages, aber jetzt reißen Sie sich doch nochmal fünf Minuten zusammen. Hallo? Können Sie mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe? Was haben Sie gesagt? Aha. Und der Herr hier hinten? Moment mal, ich war noch nicht fertig. Wenn es Sie so langweilt, was ich hier erzähle, dann können Sie auch mit dem Fahrrad von Berlin nach Frankfurt fahren. Solange Sie hier in meinem Flugzeug sitzen und Ihre Füße unter meinem Sitz reinhaben, hören Sie mir gefälligst zu. So, und jetzt möchte ich wissen, wer von Ihnen wiederholen kann, wie man diese popelige Schwimmweste hier anzieht. Ha? Bei fünf Gangplatz. Ich? Ja. Äh, ja, über den Kopf halt. Über den Kopf halt und weiter? Knotet die sich von selber fest, oder was? Ja, also, äh, über den Kopf halt und dann irgendwie mit den Leinen, denke ich mal. Aufstehen, nach vorne kommen. Und alle schauen jetzt zu. Ach, oder? Ja, 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 mein Herd, du bleibst hier Alles egal, ich bin alle zurück Ich bin alle zurück Ich bin alle zurück Ich bin alle zurück Ich sitz schon wieder, ich steh' in den Flieger Alles egal, denn der bat klar brutt ab Und ich sitz schon wieder, ich steh' in den Flieger Alles egal in meinem Haus La, 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 la